Donnerstag, 15. Dezember 2022 Seid Hüter des Wortes Jesu Botschaft der Mutter Gottes an Myriam Corsini in Carbonia, Sardinien, Italien Carbonia, 14.12.2022 Die heiligste Maria ist mit euch, meine geliebten Kinder. Sterne des Himmels Seht, Jesus ist hier bei mir, er umarmt euch und prägt euch in euren Herzen mit seinen Worten der Liebe und Treue. Geliebte des Herrn, Hagel wird reichlich niedergehen, zusammen mit Feuer werden sie große Zerstörung bringen, aber Gottes Kinder werden in seinen schützenden Händen sein. Geliebte Kinder, o ihr, die ihr Jesus sucht, siehe, wahrlich, ihr findet ihn, er wohnt in euch, in euren Herzen, seine Größe wird in Kürze in euch folgen. Kommt, meine Kinder, eure Prüfung ist nun vorbei, die neue Welt wartet darauf, euch ein Leben in Glück und ewiger Liebe zu schenken. Seid Hüter des Wortes Jesu und singt ihm Ehre und Ruhm. Lobt ihn, ruft seinen heiligen Namen. Lasst ihn euren großen Wunsch hören, ihn unter euch zu haben. Der Sturm braut sich zusammen, der Karneval wird von großer Zerstörung sein, der Böse wird seine Henker auf die Wege der Welt setzen, er wird die Wahrheit verdecken und die Schande des Bösen aufrichten. O Menschen im Lammgewand, die heute auf den Wegen dieser Welt wandeln, um Seelen zu rauben, wisst, dass ihr für eure Bosheit in den Flammen der Hölle brennen werdet. Meine Kinder, der heilige Paulus ist bei euch und begleitet euch auf diesem gewundenen Aufstieg, nur noch ein wenig länger und dann werdet ihr euch im neuen Leben treffen und gemeinsam das Leben im Leben singen. Der heilige Petrus kehrt zurück, um dir den Weg der Wahrheit zu erleuchten, er kehrt zurück, um Benedikt der Sechzehnte zu unterstützen, gemeinsam werden sie die Ankunft von Jesus verkünden. Friede sei mit euch, meine Kinder, Friede sei mit euch. Heute werde ich wie immer mit euch auf dem Berg sein, dann werde ich eure Häuser besuchen, um sie zu segnen und sie vor den Angriffen des Teufels zu bewahren. Lächelt, meine Kinder, dies ist die Stunde eures Sieges, denn mit mir werdet ihr zum Vater hinaufgehen und ihm sagen. Vater, danke für deine unermessliche Barmherzigkeit uns gegenüber. Danke, dass du alles für uns tust. Hier sind wir, wir sind zu dir gekommen, um dir zu danken. Alle deine Kinder umarmen mich und sehnen sich danach, ihrem Gott, dem König, zu begegnen. Heilige Maria Ich freue mich aber auch für unseren patheticen, weil deles könnte schon sehen. Ich freue mich hier bei dir.